Hallo meine Lieben, herzlich Willkommen wieder zu einem schnellen, neuen Video. Denn ich muss gleich wieder zur Arbeit. Ich denke mal, die Zeit ist einigermaßen okay. Wenn ich natürlich fit bin und wach bin, dann werde ich auf jeden Fall immer mal ungefähr um die Zeit eben schnell das Türchen-Video abdrehen und am Abend wird es eventuell online kommen. Oder nachher, ich gucke mal gleich, wie viel Zeit ich da noch übrig habe und wie lange es braucht, um hochzuladen bzw. umzuwandeln. Herzlich Willkommen natürlich zu einem neuen Adventskalender Türchen-Video. Und zwar Türchen Nr. 5. Ich mache wieder das schön für mich Kalender auf. Das habe ich jetzt schon auf meinem Schoß und habe auch schon das Türchen Nr. 5 entdeckt. Und mache es auch direkt auf. und sehe etwas, was man gut gebrauchen kann für Make-up, Entfernung oder etwas Ähnliches. Ich gucke gleich. Ich mache jetzt erstmal die Türe wieder auf. Und mache es auch mal eine Schere. Ja, ja, okay. Hier steht, daran denken, Stiefel rausstellen. Ja, genau. Das mache ich eventuell morgen. Mal gucken. So, tun wir das dann weg. Und tun auch gleich den Maybelline-Kalender gleich hierfür vorstellen. Und zwar habe ich von Isana einen Augennigabentferner ölhaltig rausgenommen. Pflegend Aloe Vera und Gingo. Genau. Ja, ich denke mal, das ist nichts anderes als die, die ich manchmal von Valea kaufe. Und wenn die ein Stück gut sind, werde ich die bestimmt mir auch in groß kaufen. Weil die sind bestimmt nichts anderes, wie die von Valea mit dem Öl. Und ja, das werde ich dann in meine Schublade gleich hinlegen. Kann ich ja mal machen. So. Und jetzt gehen wir auch direkt über zum Türchen Nr. 5 bei dem Maybelline-Kalender. Aber ich werde ohne Umschweiß einfach an die Türchen drangehen, damit das Video auch ganz schnell online kommt. So. Jetzt ist das Türchen gerade weg. Warte. So. Hier steht wieder nichts drauf. Also Türchen Nr. 5. Und das ist mal wieder ein Nagellack. Ich hätte mir aber gewünscht, irgendwie mal so eine kleine Palette oder Zingellidschatten oder so. Vielleicht kommt das ja noch. Noch ist das nicht schlimm, dass ich zwei von den Nagellacken habe. Das ist jetzt hier ein Colorshow 60 Seconds Nagellack. In Rot. In der Farbe 349, glaube ich. Power Red. So ein Orange-Rot gemischt. Ja. Und das waren dann halt meine Produkte. Einmal von Schön für mich und einmal von Maybelline. Ja. Genau. Ja meine Lieben. Ich werde dann das Video gleich umwandeln. Direkt. Und wenn ich das dann schaffe, lade ich das nochmal hoch. Wenn nicht, werdet ihr uns heute Abend feststellen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns natürlich morgen am Nikolaustag wieder. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns. Und passt gut auf euch auf. Tschüss. schon auf. 否 6 6 K 6 7 5 Vielen Dank.